Chef, ich kann nicht einschlafen ohne meine Baumaschinen. So, jetzt schleif einmal hier. Morgen auf der Baustelle kannst du genug bauen. Guten Morgen, Chef. Gut aufgestanden. Guten Morgen, Junge. Schnapp dir die Baumaschinen und ab ins Auto damit. Franz und Siggi, ihr macht die Werkstatt selber. Hey Siggi, willst du ein Bier? Wir haben es zwar erst 11 Uhr, aber ja, gib her. Da steht es. Nimm dir ein Salter. Ja, wo denn? Ich sehe das nicht. Na da unten, am Spachtleimer. Boah, geil. Lecker Bierchen. So, Salter, lass dir schmecken. Bier nix gut auf Baustelle. Nimmst du Baumaschinen? Ich hole Wodka. So Leute, das war es mit dem kurzen Video. Ich hoffe, ich hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich unbeinig freuen, wenn wir 200 Daumen nach oben schaffen. Schreibt einen netten oder einen coolen Kommentar, beziehungsweise schreibt mal Vorschläge in die Kommentare, was man alles noch machen könnte. Und hier findet ihr zwei weitere Videos von mir. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Servus.